Leute, hat irgendwer in Ananas verloren? Wir haben drei Leute mit einer Gemeinsamkeit eingeladen. Grind halt, du bist schwarz, aber das ist kein Rassismus, das ist Preference. Das ist Rassismus, ganz einfach. In fünf Runden trinken sie zusammen und teilen ihre Erfahrungen zum Thema. Wir dürfen halt nicht vergessen, was mal war und was wieder sein kann. Uns haben mehrere Leute angegriffen. Es gibt so viele heterosexuelle Pärchen, die, glaub ich, viel glücklicher damit sind, wo der Mann sich irgendwas in den Arsch schiebt halt. Hi, ich bin Max, ich studiere Film und Fernsehen. Ich bin Ben und studiere nicht, aber ich habe eine Ausbildung gemacht zum Arzthelfer. Mein Name ist Tim, ich bin Student in Berlin und wir sind die Gays. Prost. Prost. Cheers. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so schlimm ist, wie es früher mal war, aber dass man das trotzdem noch zu spüren bekommt, dass es dann bei manchen Leuten nicht so gut ankommt und nicht als Normalfall gesehen wird und einfach akzeptiert wird, wie bei einem heterosexuellen Pärchen zum Beispiel, wenn man da rumläuft. Es kommen immer komische Blicke und das ist halt dann schon eine Art der Diskriminierung, finde ich. So gerade in Berlin ist es eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Es gibt halt auch viele Leute, die so ein freundliches Grinsen auf den Lippen haben, wenn sie einen rumlaufen sehen. Aber ich finde, es hat sich auch viel so verändert in den letzten zehn Jahren. Als ich da aufgewachsen bin in dem Dorf, wo ich herkomme, da war die Stimmung, glaube ich, noch relativ anders. Und jetzt gucken alle Shoppingqueen, Judo Maria, Kretschmar und ich habe das Gefühl, so Dinge haben sich extrem gewandelt in den letzten paar Jahren. Ich meine, wir dürfen noch nicht vergessen, wir leben halt irgendwie schon so in der westlichen Welt. Da ist es, glaube ich, ja, da hat sich viel gewandelt. Also ich fühle mich nicht unbedingt diskriminiert, aber natürlich wurde jeder schon angefeindet. Also ich meine, das kennen wir ja wahrscheinlich alle. Aber es ist klar, du siehst da jetzt noch relativ durchschnittlich aus vom Outfit so. Und wenn man dann guckt, ich war mal in der Mall of Berlin, da stand ich einfach mit einer Jacke, wo ein bisschen so Pailletten drauf sind. Und ich stand an der Rolltreppe und da kamen so zwei Typen, haben mich einfach weggeschubst. Und ich meine, klar, die wissen jetzt nicht, dass ich schwul bin, aber ich denke auch, dass es damit zu tun hat, nicht weil sie keine Pailletten mögen oder so. Deswegen denke ich, dass schon als sowas kommt man mehr in Verbindung, als wäre ich da jetzt mit einer normalen Lederjacke gestanden. Dann wäre wahrscheinlich nichts passiert. Ich hatte tatsächlich vor zwei Monaten, war ich mit einer Freundin unterwegs und wir sind in die Station reingegangen. Und ja, da war ein Übergriff. Also uns haben mehrere Leute angegriffen. Wo denn? Also mich haben Leute angegriffen. Am Rathaus in der Kölner? In der Station. Oh, scheiße. Es ging auch bis zur Kriminalpolizei, ich muss auch sagen. Und es war logischerweise motiviert, weil ich schwul war. Das war auch nicht das erste Mal. Und was ist passiert? Sie haben mich schlagen oder so? Körperlich angegriffen, ja. Wurden die gefasst oder haben die die bekommen? Ich habe die noch nicht bekommen, ich wurde vorgeladen, ich musste Bilder an mir angucken. Also das war... Ich glaube schon, wenn man in der Großstadt ist, dass weiße schwule Männer in Großstädten auch einen sehr hohen sozioökonomischen Status bekommen haben. Also Jobs auch haben, die extrem gut bezahlt werden. Und da hat man natürlich auch, wenn man so in der richtigen, sag ich mal, Lokalität ist, auch gewisse Vorteile vielleicht. Auf Nancy Sinatra. Der sagt mir was. Den Namen habe ich schon mal gehört. Cheers. Soll ich das mal? Ich glaube, wir sind keine Einheit. Ich glaube, es war mal eine Zeit, wo verschiedene LGBTQ-Plus-Community-Members mal dazu gezwungen waren, sich zusammenzuschließen, weil der Druck von außen so stark war, dass sie zusammen kämpfen mussten, sich ihre Rechte erkämpfen mussten. Ich glaube, wir sind jetzt angekommen in einer Zeit, wo gewisse Teilgruppen in der Community so viel Rechte sich erkämpft haben, dass das irgendwie dadurch die Leute für die anderen nicht mehr mitkämpfen. Und deswegen habe ich auch gesagt, weiße, männliche, Homosexuelle sind, glaube ich, in der Liste ganz oben. Und dann von da aus geht es runter mit Hautfarbe, Klasse. Diese Machtstrukturen in der Gesellschaft sind auch in der Gay-Community da. Und ich glaube, die Community ist extrem zerrissen mittlerweile. Leute werden ausgegrenzt, wenn sie nicht den perfekten Körper haben. Leute werden ausgegrenzt, dieses Preference-Ding, so auf Grindr, du bist schwarz, aber das ist kein Rassismus, das ist Preference, das ist Rassismus. Ganz einfach. Da muss Heilung stattfinden. Ich glaube, Selbstliebe ist da noch nicht angekommen. Ich glaube, wir haben wieder vergessen, was mal war. Klar, unsere Generation hat die Achtziger nicht miterlebt, aber was da ablief. Als mein Leben am, ich sag mal, allerschwulsten war, das war jetzt hier, ich war in Australien und da war ich wirklich in einer riesen Schwulen-Community. Und irgendwie was da ablief in der Community. Das hat mich schon echt ein bisschen, fand ich echt ein bisschen verstörend. Wie sowas. Was war das? Der Rassismus. So, ja, schwarz wurden ständig ausschalten. Ich dachte mir, Leute, was macht ihr? Wie kann man das so krass auch öffentlich sagen? Oder auch die Körperkultur, das war auch total krass. Man wurde aussortiert nach allen möglichen Kategorien. Das war irgendwie schon echt erschreckend. Und ich glaube, dass der Kampf in vielen in der westlichen Welt ist vorbei. Aber die Community muss heilen. Also erstmal Selbstliebe finden. Viele in der Community internalisieren irgendwie diesen Hass, der von außen kam, und richten gegen sich selbst. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Top und Bottom diese Abteilung gar nicht so existiert. Das ist irgendwie so eine Machtstruktur, die sich durchsetzt. Eigentlich das repliziert heterosexuelle Beziehungen. Und das ist eine Macht, die da irgendwie eine Rolle spielt eigentlich. Das ist der Punkt, oder? Femininer Typen. Ja. Aber das hat, glaube ich, nichts mit dem Schwulen an sich zu tun, sondern damit, dass Frauen an sich als schwächer angesehen werden. Aber was bedeutet das so, ne? Je weiblicher ihr seid, desto schlechter. Bedeutet weiblich, bedeutet schlecht. Genau. Und die anderen versuchen männlich zu sein, top zu sein. Je männlicher du bist, desto besser. Das ist halt wirklich eine Macht, diese Herstellung. Sobald es einem gut geht, dann ist es einem nicht mehr so wichtig, wie es anderen Leuten geht. Weil würden wir jetzt von außen wirklich jeden Tag angefeindet werden, oder dann würden wir wahrscheinlich viel enger zusammenrücken. Und wir dürfen halt nicht vergessen, was mal war und was wieder sein kann. Wenn man jetzt in die osteuropäischen Länder guckt, was da so passiert, dann ist es einfach erschreckend. Und ich meine, kann hier auch alles passieren. Man denkt immer nicht dran, aber was ist, wenn? Wusch! Ich trinke ja auch das, was die Welt heilt, Selbstliebe. So. Wir lieben uns selbst. Mhm. Schön. Es kommt, finde ich, immer auf das Land an. Ich würde wegen der gesellschaftlichen Situationen, aber auch wegen den LGBTQ-Bewegungen nicht in die Türkei zum Beispiel reisen. Weil ich weiß, da werden die CSDs jedes Jahr verboten, wegen so willkürlichen Gründen. Ich mag so, wie ich rumlaufe. Und ich hab das Gefühl einfach, dass ich da noch weniger gut ankommen würde, als hier in Berlin. Ich meine meine letzte Auslandserfahrung bei Island. Und das war sehr okay. Ich hab in der Elfenschule gewohnt, bei einem homosexuellen, alten, dicken Mann, der die ganze Zeit Witze gemacht hat. Der die ganze Zeit Witze gemacht hat, wie er mit uns Unzucht treiben möchte. Deswegen war es ganz okay. Hast du noch seinen? Guck mal. Ja. Tatsächlich. Man hat auch extreme Gefälle zum Beispiel. Also von Land zu Land. Es gibt diesen Spartakus-Index. Ich weiß nicht, wie repräsentativ der ist. Mit den Reiseländern meinst du? Wenn man über das Ausland redet, man guckt sich ja verschiedene Dinge an. Und zwar Gesetzeslage. Gibt es da Schwurenehe? Ist das überhaupt legal? Und die andere Seite ist dann, und wird das geschützt? Also kriegen die Dörfen die Prides haben? Wird die Werbung geschützt? Wird Diskriminierung verboten? Das sind diese zwei Gesetzesdinger. Und dann die Stimmung der Gesellschaft. Ich glaube, so kommt man auf so eine grundsätzliche Bewertung für die Länder. Und Spanien steht sehr weit oben. Stand, glaube ich, jahrelang auch über Deutschland. Obwohl Spanien erst katholisch ist. Italien ist genauso erst katholisch wie Spanien. Und trotzdem steht Italien ganz weit unten auf der Liste. Weil die Stimmung in der Bevölkerung ganz, ganz anders ist. Die sind viel, viel homophober. Und das merkt man da auch, wenn man hinreist. Ich war in Italien letztes Jahr, glaube ich, war das. Und man hat es auch gemerkt. Interessanterweise mein Friseur, der auch schwul ist. Und der auch viel älter als wir ist. Der ist schon sehr viel rumgereist auf der ganzen Welt. Fand ich es interessant, weil er gesagt hat, er hat sich so hart erkämpfen müssen, vor sich selbst zu sagen, dass er schwul ist. Dass auch wenn er ins Ausland geht, in Länder, wo es illegal ist, dass er, wenn die Leute fragen, trotzdem zu denen sagt, ich bin schwul. Weil er gesagt hat, selbst wenn die mich da umbringen würden, oder was passieren würde, er wird das nie wieder verstecken. Er wird das öffentlich sagen, egal was passiert. Und ich glaube, was ich damit auch sagen will, es gibt auf jeden Fall Länder, wo es nicht so ist wie hier. Oder wo wir relativ viele auch Rechte genießen, die uns schützen sogar. Zum Beispiel, ich musste, als dieser Übergriff war, von dem ich schon erzählt habe, da kam die Polizei logischerweise und ich habe zu denen gesagt, das war ein homophober Angriff. Ich meine, das ist gut, dass du das gesagt hast, weil das bedeutet, dass das Kriminalamt dann dagegen vorgeht. Es ist genau der gleiche Status wie ein rechtsextremer Übergriff. Und diese Rechte genießen wir nicht in allen Ländern. Und in den Ländern, wo wir die nicht genießen, habe ich auch das Gefühl, dass auch in der Gesellschaft oft, ich mich nicht unbedingt so ganz so sicher führe. Wir trinken auf die Liebe. Ja, definitiv. Prost. Ah ja, das Englische sagt man jetzt heutzutage. Das Englische sagt man heutzutage. Ich fand es ganz gut bisher. Was? Das Dating? Ja, ich nicht. Ich finde es schwer, weil wenn man auf Grindr guckt, dann ist da immer... Na ja, sag ich mal, das ist ja... Also wenn man jetzt an schwules Dating denkt, dann denke ich sofort an Grindr. Nicht an Tinder oder irgendwie, sondern an Grindr. Weil das hat fast jeder irgendwie auf dem Handy denken. Ich habe Grindr und Grinder für immer versagt. Die sind für mich gestorben, das Thema. Wenn man so einsam ist, dass man Liebe am Fließband sucht, dann ist das was Krankes. Ich stehe mich... Liebe passiert. Liebe, man trifft jemanden im wahren Leben. Ich glaube nicht mehr daran. Das ist schöner, ja. Ich will nicht mit Personen schlafen. Das ist nicht das erste Kriterium, das ich habe. Ich will mich verlieben. Das war auch schon immer so. Und ich glaube, deswegen fand ich das auch immer komisch, dass viele von meinen schwulen Freunden ständig jemand Neues hatten. Und ich mir dachte, Leute, ich will mich verlieben. Hast du nie so einen One-Night-Stand gesucht oder sowas? Nee, gesucht habe ich das noch nie. Okay. Ich wollte mich schon immer verlieben. Vielleicht sehe ich da irgendwie schräg drauf. Natürlich hatte ich auch schon einen One-Night-Stand. Aber ich meine, das hat mich nie erfüllt. Und im Gegenteil, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich glaube nicht, dass man sowas erfüllt. Ich habe mich einsam gefühlt. Nein. Man denkt in dem Moment vielleicht so kurz, ja geil, ich hatte jetzt, wow, diese Woche schon drei Typen irgendwie. Aber wenn man am Ende, am Ende merkt jeder, dass er nur nach der einen Person sucht, dass man aber trotzdem danach guckt, so okay, ist der jetzt 1,70 groß oder 1,85 oder sowas? Und dann, und dann denkt man eigentlich so, eigentlich zählt doch nur der, der Charakter ist das, was den Unterschied macht. Und kennt ihr das nicht, wenn ihr eine Person kennenlernt und ihr, ihr fällt sofort ein Urteil und dann redest du mit der Person und sie pumpt sich als etwas ganz anderes? Das kenne ich. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man sich so verliebt. Ich finde es mittlerweile krank, muss ich ganz ehrlich sagen, wie Tinder und Grindr funktionieren. Du wirst trainiert darauf, eine Person auszukategorisieren. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Die Person sieht nicht so gut aus, das ist doch krank. Wir sehen die Menschen nicht mehr dahinter. Nach Jahren, nachdem ich das auch benutzt habe, glaube ich nicht mehr daran, dass das gut ist für unsere Gesellschaft. Das ist doch total krank, so einen perfekten Partner zu suchen. Und auch was das über einen selbst aussagt. Ich muss auch so perfekt sein, damit ich so einen perfekten Partner verliehne. Leute, wir sind Menschen. Wir müssen ins Spiel gucken und sagen, wir lieben uns so, wie wir sind. Egal, ob wir dick sind, dünn sind, was für eine Hautfarbe, wir sind Menschen. Und nicht irgendwelche perfekten Kategorien. Ich finde, das macht mir echt Angst. Es ist ein bisschen besorgniserregend, wie Leute über Coverbilder aussortiert werden. Es kommt halt darauf an, glaube ich, wie man mit diesen Apps umgeht. Weil es ist natürlich an den Teilen auch eine große Hilfe dadurch, dass man eben tatsächlich einen Safe Space schafft, über den man Leute einfach finden kann. Ja. Wir nehmen die Liebe. Wir nehmen die Liebe. Cheers. Schwachsinn. Ich glaube, was mir als erstes dazu einfällt, ist, dass ich irgendwo gelesen habe, von einer Studie oder so, dass eigentlich jeder Mensch bisexuell ist und nur eine unterschiedliche Ausprägung macht. Es gibt keine Schubladen, wo man jemanden einordnen kann. Ja. Sondern es gibt nur, es gibt nur einen Strahl und da wird irgendwer ist mal so und dann, vielleicht zehn Jahre später ist er halt irgendwie da auf der Skala, irgendwie da so. Ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass Bisexualität existiert. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass viele das benutzen als ersten Schritt so des Coming Outs. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe meinem Vater erzählt, ich bin bisexuell. Ich habe dem nicht gesagt, ich bin schwul. Du hast dich als bisexuell geautet? Ja. Ich habe das in einem Streit an meinem Geburtstag zu meinem Vater, als ich betrunken war, habe ich es ihm gesagt. Und nochmal ganz am Rande, ich bin bisexuell, damit das gleich weiß. Ich habe nicht gesagt, ich bin schwul. Aber ich kenne viele Leute, die sich erst als Bisexualität, ähm, Bisexuell lauten und dann als schwul. Ich glaube, das ist so ein bisschen so nach dem Motto, lesson the blow. Ja, genau. Das darf gar nicht so schlimm sein. Ich habe auch früher, der erste Schritt zum Coming Outs ist ja immer, dass man sich selber akzeptiert und sich selber klar macht. Und ich war immer so, Ben, du bist nur bisexuell, das ist nur halb schwul, weil du nur halb auf Männer stehst. Und das war immer meine Hoffnung. Ich war immer so, wie schlimm, dass wir das denken müssen. Die Geschlechter, Sexualität, alles ist einfach so festgelegt, wie das früher war. Und wir sind jetzt einfach in einem anderen Zeitalter. Aber die Leute kommen halt noch nicht darauf klar, dass es sich geändert hat. Oder dass man es nicht braucht, dass es unnötig ist, die Frau anherzustellen. Weil der Mann kann auch kochen, denke ich, hoffe ich mal. Ja, und ich kenne auch so viele Heterotypen, die mittlerweile sagen, ich will gern Friseur werden. Sowas hat man auch lange nicht gehört. Ja, die sagen, ich will Friseur werden oder ich hätte eher was Kreatives gern gemacht. Aber man traut sich jetzt wahrscheinlich mehr, dass sich auch die mehr trauen. Oder es gibt ja auch Anal-Vibratoren oder Vibratoren, die sind jetzt gar nicht mehr nur für Schwule. Klar, das Klischee ist immer noch das Nebene für Schwule. Aber es gibt so viele heterosexuelle Pärchen, die, glaube ich, viel glücklicher damit sind, wo der Mann sich irgendwas in den Arsch schiebt, was irgendwie ziemlich fortschrittlich ist, finde ich. Und ich finde das immer bewundernswert, auch wenn es etwas Normales sein sollte. Aber es ist halt irgendwie noch keine Normalität, deswegen denke ich, es ist gut. Abonniert PLOP! Perfekt, oder? Vielen Dank für das Ansehen von dieser Folge Philosophieren. Wenn ihr das Video blöd fandet, könnt ihr einen Daumen nach unten geben. Aber wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden. Um keine weitere Folge und unsere anderen Shows zu verpassen, abonniert PLOP und aktiviert die Glocke. Für interessanten Content für Zwischendurch und Einblicke in die Produktion unserer Videos, könnt ihr uns auf Instagram folgen. Wertet PLOP! Patreon und erhaltet Zugang zu exklusiven Bonus-Content, 24 Stunden früheren Zugang zu unseren Videos und detaillierte Informationen darüber, wie wir diesen Kanal aufbauen. Alkohol sollte verantwortungsvoll getrunken werden, weil er im Übermaß eure Gesundheit schädigen und abhängig machen kann. Für weitere Informationen findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. All die tollen Menschen, die an diesem Video mitgewirkt haben, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.